Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Fußballmanager 14. Wir wollen weitermachen und ja, das Spiel gegen Kaiserslautern steht an. Ja, da werden wir jetzt mal ordentlich zuschlagen, denke ich. Und sollten hier auf jeden Fall deutlich gewinnen. Vier Tore Unterschied, ach komm, haben wir lange nicht mehr gemacht. Wird mal Zeit, au, ist ja sogar auswärts. Na gut, wird schon schief gehen, vier Tore Unterschied brauchen wir. Willi Orban verletzt sich schon mal, das tut mir leid. So, gucken wir mal, ist ja gut. 72, oh, scheint echt einer der Besseren zu sein. Und das noch in der Innenverteidigung. Und rein kommt Schimonek, 68, leicht schwächer. So, aber die erste Chance gehört den Lautern, Lauterern. So, zappert Zapata, aber kann den Ball nicht konzentrieren. Ach komm, was ist jetzt hier los? So, Zapata lässt Juru aussteigen, kommt zum Schuss, aber in die Arme von Horn. So, nächste Möglichkeit für uns, Bernhard mit einem Dropkick. Sippel steht da, hat den Ball sicher, also auch hier keine große Gefahr. So, Kemmer hier holt sich die gelbe Karte ab. Ist jetzt nicht so schlimm. Ach guck, und die Frische, äh, die Fitness geht so langsam ein bisschen höher, ne? Da müssen wir vielleicht dann nochmal ein bisschen gucken. So, Juricic jetzt, nächste Chance, 23. Minute ist schon. Vorlage auf Gnabry, der spielt in den Rücken, der Abwehr auf Polter und der schießt. 1 zu 1 zu 0, jawohl. Also, das nächste Saisontor von Sebastian Polter, damit hat er jetzt auch in den ersten 11 Spielen immer getroffen. Und, oh, die nächste Chance, hier ist ein Tor passiert. Kemmer steht jetzt hier vor dem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, bitte nicht. Bitte nicht. Eine Chance noch und dann wechseln wir den auch direkt aus. Eieieiei, winkt ab. Ah, okay, Glück gehabt. Oh, wo, 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 also, Herr Kemmer, das geht so nicht. Aber wir haben ja hier den Beister, den werden wir dann bringen. Sonst ist mir das echt zu heikel. Entschuldigung, aber müssen wir halt so machen. Aber der Beister ist ja auch kein schlechter, ne? So, nächste Möglichkeit. Gnabry. Wird zur Ecke abgewährt, der Schuss. Wer bringt jetzt die Ecken? Okay, Bernhard bringt die Ecken. Sonst macht Kemmer das ja immer. Polter versucht es außer Drehung, aber der Schuss ist zu schwach. Und Zippel kann sich den Ball holen. So, nächste Möglichkeit. Beister, das ist nix. Bla, bla, bla. Und schon abseits. Lässt weiterspielen, okay. So, Achtung. Steppinski jetzt. Sissoko. Ist links durch. Aber Bungert kann die Hereingabe verhindern. Sehr schön. Und auch hier ist der Torwart auf dem Posten. Also bisher halten sich die Lauterer ganz gut, muss man wirklich so sagen. Ja, jetzt eine gute Parade wieder von Zippel. Der macht ein gutes Spiel. Note 1. Allgemein 3-5. Bei uns der Durchschnitt 3. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier nochmal was machen. Ja, zu umständlich. Das war nix. Also ein 2-0 würde ich schon noch ganz gerne haben. Weil meistens machen wir in der ersten Halbzeit immer ein bisschen mehr Tore als in der zweiten. Achtung. Jetzt vielleicht hier. Oh. Sissoko mit einem vermeintlichen Tor. Ist das vielleicht der Ausgleich? Was sagt der Schiedsrichter? Hä? Hä? Assistenten? Ja! Also, kein Tor. Wunderbar. Glück gehabt. Korrekte Entscheidung. Schön. Gute Aktion. Da bringen dann auch mal die Assistenten was. Selbst diese blöden Torlinienrichter bei den Europa Cup spielen. Ja, eine Chance gibt es noch. Oh, der wird gefoult. Und was macht der Freistoß? Das kann er ja. Aber Bernhard kann das auch. Nimmt Anlauf. Schießt. Durch die Mauer. Zippel sieht den Ball recht spät. Taucht aber in die bedrohte Ecke. Der Ball geht gegen den Pfosten von dort an den Kopf und dann ins Tor. Ach der, oje. Das tut mir fast ein bisschen leid. Also, Tobias Sippel macht hier das 2-0. Das ist ein Eigentor. Eigentlich gehört das Tor Bernhard. Gut, dann sind wir hier noch halbwegs auf Kurs mit unserer Ansage mit dem 4-Toren-Unterschied. Müssen wir mal gucken, ob das noch klappt. So, dann haben wir hier gute Noten. Juru. Ja, machen wir erstmal die, die von der Moral her nicht auf Top-Niveau sind. Also nicht auf allerhöchstem Top-Niveau. So, und dann bekommt der Juru natürlich auch noch seine Note gewürdigt. Und dann kann es direkt weitergehen. Und da werden wir jetzt... Oh, Sissoko verletzt sich. Waden zerrungen. Also, Verletzungspech jetzt auch noch. Ganz blödes Spiel für die Lauterer. Stufe 70, also Stärke 70 ist der. Ja, Kiko kommt rein. 64. Ja, 903 zu 758. Das sind schon Welten. So, da sollte es eigentlich kein großes Problem werden, hier jetzt noch 2 Tore zu machen, ne? Für unsere Ansage. Ja, das ist schon das Erste. Ja, Polter. Ne, Juricic. Und der schafft es den Torhüter dann auszuschauen und den Ball zu versenken. Wunderbar. Gute Vorlage von Polter. Das ist auch schon die achte Vorlage. So, ein Tor brauchen wir noch, ne? Da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht auf Kontrolle übernehmen gehen. Sondern da können wir eigentlich dann nochmal weiter in die Offensive gehen. Aber da warte ich jetzt hier erstmal ab, ne? Besser ist das. So, Chris Löwe will per Kopf klären. Achtung, Holzhauser. Und der drückt den Ball hinter die Linie. Das ist das 4 zu 0. Und das ist ja auch das, was wir brauchen. Ja, Bayern auch in Führung. Aber unsere Tordifferenz wird so langsam allmählich besser, ne? Das ist doch schon mal gut. Dafür ist das auch gut, wenn man hier mal ein hohes Spiel gewinnt. Wir können ja nicht immer nur in der Champions League 6 Tore schießen. Müssen wir ja auch mal in der Liga machen, ne? Ja, fast ein Elfmeter. Aber den kriegen wir leider nicht. Ja, wir können hier eigentlich auch nochmal zweimal wechseln. Da können wir den Pagano mal bringen für Gnabry. Und den Diamantides für Holzhauser. Dann können die sich auch noch eine Note abholen. Ja, Einsatz. So, können wir leicht zurückschrauben. Wir haben ja englische Wochen. Ich glaube, das nächste Spiel ist ja gegen Menuh. Das zweite. So, Achtung. Flanke nochmal. Wird abgefälscht. Aber Sippel ist auf dem Posten. So, Achtung. Nochmal ein Kopfball. Aber auch da ist Sippel zur Stelle. Werd den Ball ab. Aber es gibt noch eine Ecke. Polter, Sippel, Djuricic, Holzhauser. Also bisher nur ein Treffer für Polter. Ja. Und auch hier wird geklärt. Na, Flugkopfball. Okay. Von diesem Tore Ron. So, nächste Möglichkeit. Also in der zweiten Halbzeit sind wir doch schon sehr dominant. Da kam von den Lauterern nicht mehr so viel. Die waren ja bis zu ihren sechs Chancen. Waren die fast, ja, bis zur ersten Halbzeit eigentlich fast Schritt auf. So, wie sieht es aus? 90. Minute. Das war es dann wohl. Eine Chance noch für Lautern. Fortunis auf Kiko. Trifft den Ball nicht richtig. Und es gibt Abstoß. Also nichts Dramatisches. Eine Chance haben sie noch. Zappata. Stepinski. Aus dem Netz. Ja. Und dann ist das Spiel vorbei. Die Ansage hat gerade so gepasst. Ja, wir hätten sicherlich auch noch höher gewinnen können. Aber auch die Lauterer hätten hier und da sicherlich einen Treffer verdient gehabt. Vor allem der Sippel. So, gucken wir mal. 10 zu 4. 8 zu 1 Schüsse aufs Tor. 11 zu 4 Chancen. Der Sieg geht in Ordnung in der Höhe. Naja, ist fraglich. So, wie sieht es hier aus? Bayern gewinnt. Nürnberg gegen Dortmund unentschieden. Also Dortmund verliert an Boden. Stuttgart. 1 zu 1 gegen Bremen. Dann haben wir Lautern. 0 zu 4. Das wissen wir. Düsseldorf. 0 zu 2 gegen Hannover. Also Hannover. Sieg. Niederlage. Also die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Schalke gewinnt auch mal wieder. Genauso wie Wolfsburg. Hamburg. Knapper Sieg gegen Gladbach in der 41. Minute. Damit sind die Hamburger jetzt auf Platz 4. Waren sie vorher auch schon. Okay, aber jetzt haben sie hier nach unten doch schon ein bisschen was. Also die werden doch wohl nicht in die Champions League gehen. Und Augsburg. Ich sag ja, die sind, die haben richtig gut gespielt gegen uns. Und die hauen hier mal eben kurz Leverkusen vom Feld. Tja. Damit sind die doch erstmal wieder ein bisschen sicherer. Na, nur 2 Punkte. Rückstand ist noch nicht viel. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. So, dann schauen wir mal. Elf des Tages. Da haben wir den Polter mit seinem einem Treffer. Und Djuricic. Also es gab niemanden, der heute einen Doppelpacket erzielt hat. So, und da Lewandowski auch trifft, können wir die Führung nicht ausbauen. Drei Tore. Das bleibt soweit. Aber Polter hat seine Note wieder verbessert. Das war wahrscheinlich dann eine 2. 1,5 sogar. Wunderbar. Und ja, war ein guter Tag. So, Nürnberg. 5 Spieltage auf dem 11. Platz. Das ist natürlich ganz tief in the middle of nowhere. So, ja. So, ta. Das ist gescheitert. Das haben wir abgebrochen. So, dann. Mainz gewinnt 5-0 gegen den HSV. Die zweite Mannschaft. So, dann wollen wir eben nochmal ganz kurz Trainingslauf machen. Echt 93%. Wo haben wir denn da, wo haben wir denn da, äh, haben wir da beim Training mitgemacht? Oder warum ist unsere Fitness da auf einmal so hochgegangen? Finde ich ja lustig, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir den jetzt auch schaffen. Ja, und das ist mal deutlicher. Also, auch Fußballer des Monats Oktober wird auch Polter, nachdem er im September schon gewonnen hat, die härteste Konkurrenz hier an den eigenen Reihen. So, Jugendzentrum ist fertig. Ich würde fast sagen, dass wir den Bauhof mal ausbauen. Da sind die Bauzeiten dann ein bisschen kürzer. Und ich denke mal, bei der Stufe danach können wir dann auch drei Sachen gleichzeitig ausbauen. Ach, geil. Und da ist das Spiel wieder abgestürzt. Das, Leute, es nervt langsam. Aber gut, ich habe ja zwischendurch immer gespeichert. Zur Not muss ich das dann nochmal nachsimulieren, wieder gegen Kaiserslautern. Ist nicht so dramatisch. Ich sage trotzdem herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut, bis dann. Und da ist das. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Das schnauert. Interessiert. Das schnauert. Das schnauert. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank.